Heute wird es kompliziert, wir besprechen nämlich die Intermediärshaftung im UWG, im Lauterkeitsrecht. Und jetzt sind wir bei dem vierten Punkt hier, nämlich der Passivlegitimation. Und die Frage, die sich hier bei der Intermediärshaftung stellt, ist die folgende. Ich mache mal ein kleines Beispiel aus dem BGB. Okay, also, hier haben wir den V, der ist Waffenbesitzer. Und der V, der lässt jetzt schluderig seine Waffe auf seinem Schreibtisch liegen. So, jetzt kommt der T rein, der ist Einbrecher und holt sich die Waffe. Und jetzt schießt der T auf unser Opfer O und der O wird verletzt. So, jetzt hat der O natürlich einen Anspruch nach 823 Absatz 1 BGB gegen den T, weil Verletzungshandlungen, hier ist aktives Tun, das war auch kausal und zurechenbar und so weiter und so weiter. Ein Schaden ist entstanden. Die Frage, die sich aber stellt, ist, hat der O auch gegen den V einen Anspruch auf 823 Absatz 1 BGB? Und das ist zu bejahen nach der allgemeinen Rechtsdogmatik im Zivilrecht. Nämlich dann, wenn der V eine Verkehrspflicht verletzt hat. Also, normalerweise brauchen wir ja ein aktives Tun. Und der V hat hier ja eigentlich nichts getan. Aber er hat es unterlassen, seine Waffe zu sichern. Und, ja, ordnungsgemäß zu sichern. Und im Waffengesetz, meine ich, ja, im Waffengesetz steht drin, dass man seine Waffe ordnungsgemäß sichern muss. Und dafür gibt es auch so einen Waffenschrank oder sowas. Der hat, glaube ich, zwei Schlösser oder zwei Sicherheitsmechanismen. Wie auch immer, der V hat diese Verkehrspflicht nicht eingehalten. Und deswegen hat dann der O auch noch gegen den V einen Anspruch aus 823 Absatz 1 BGB. So, diesen Gedanken müssen wir jetzt auch auf das Lauterkeitsrecht übertragen. Insbesondere bei den Plattformen ist das immer der Fall. Dazu schauen wir uns auch gleich nochmal einen Beispielfall an. Und bevor wir diesen Beispielfall aber machen, möchte ich noch ein paar Sachen loswerden. Und anhand des Beispielfalls wird es, glaube ich, super klar, wie man das dann in der Klausur prüft. Gut. Allerdings davor schauen wir uns ein paar andere Sachen an. Nämlich zunächst einmal die Anspruchsgrundlage. Und der BGH, der sagt hier, ja, wenn es um die Schädigung von Verbrauchern geht, dann greifen wir auf die Verbraucher oder auf die Generalklausel für Verbraucher zu, § 3 Absatz 2 UWG. Und wenn es um die Schädigung von Mitbewerbern geht, dann auf die Generalklausel nach § 3 Absatz 1 UWG. Das ist, ja, also würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich der herrschenden Lehre folgen, weil die herrschende Lehre, das ergibt sehr viel Sinn. Dann prüft man nicht so, dann hat man ein Prüfungsschema und man kann da sich wirklich dran festhalten. So, die herrschende Lehre sagt, wir müssen erstmal schauen, ob eine täterschaftliche, unzulässige, geschäftliche Handlung vorliegt. Und dann schauen wir in einem zweiten Schritt, ob wir diese unzulässige, geschäftliche Handlung dem häufig sind es Plattformbetreiber zurechnen können. Das ist jetzt alles etwas abstrakt. Wir schauen uns das mal anhand eines Beispielfalls an. Und ich finde, dieser Fall macht es wirklich super deutlich, wie ihr das in der Klausur prüft. Also, F betreibt das Reisebewertungsportal ferienratgeber.de. H ist Inhaberin des Hotels zum Goldenen Hirschen in Waldhapfing. Am 26.01.2024 erscheint auf dem Portal eine unter dem Pseudonym Pistensau25 veröffentlichte Bewertung dieses Hotels unter der Überschrift 7 Tage reinster Horror. Dort heißt es, dass das Bad verschimmelt sei und das Essen miserabel gewesen sei. H, die beides bestreitet, fragt nach ihren Ansprüchen gegen F. So ist das ja häufig in diesen, ja, drei Mann Konstellationen, weil, auch im Markenrecht oder so, häufig wird da unter einem Pseudonym etwas verkauft und man kennt diese Person, Pistensau25, die kennt man ja gar nicht. Da ist es natürlich super schwer, dann einen Anspruch gegen die Pistensau25 gelten zu machen. Aber die Plattform YouTube, eBay, booking.com, ferienratgeber.de, die kennt man natürlich. Und da kann man auch einfach im Impressum schauen, ah ja, die sitzen in Berlin, da muss ich meine Klageschrift hinschicken. Also, ihr seht, man hat ein Interesse daran, gegen den Plattformbetreiber häufig vorzugehen. Der ist ja auch übrigens der Zahlungsfähige. Also, wenn es mal um Geld geht, im Lauterkeitsrecht jetzt, ja, eher nicht. Im Lauterkeitsrecht meistens zumindest nicht, sondern da geht es eher um diese Unterlassungsansprüche. Aber im Markenrecht oder im Urheberrecht, da geht es ja auch schon mal um größere Geldbeträge. Und da ist natürlich es deutlich besser, einen Anspruch gegen eBay zu haben, als gegen die Privatperson X. Okay. Soviel jetzt dazu. Wir haben jetzt dieses Beispiel. Und das müssen wir jetzt prüfen. Und wir müssen uns jetzt fragen, hat das Hotel gegen den Ferienratgeber einen Anspruch auf Unterlassung? Und zunächst einmal liegt eine geschäftliche Handlung vor. Ja, F betreibt dieses Bewertungsportal kommerziell. Nehmen wir mal die Aktivlegitimation vorweg. Die Aktivlegitimation könnte sich hier nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 richten, wenn H und F Mitbewerber sind. Also das Hotel gegen den Plattformbetreiber, gegen Booking.com. Hier ist das problematisch, weil sind die Leistungen hier substituierbar? Im BGH-Fall war es so, dass das F, also Booking.com, auch selbst angeboten hat, dass man Buchungen auf diesem Portal vornehmen kann. Also nicht, dass Booking.com auf die Webseite von dem Hotel weiterleitet, sondern bei Booking.com kann man direkt dort buchen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man natürlich hier ganz klar die Substituierbarkeit annehmen, weil man kann entweder bei H direkt buchen oder bei dem Plattformbetreiber. Das heißt, die wären hier, da wären die Dienstleistungen substituierbar und dann könnte man ganz klar die Mitbewerbereigenschaft bejahen. Wenn man aber nicht über das Portal buchen kann, dann kann man hier wohl diese letzte Fallgruppe bei der Mitbewerbereigenschaft annehmen, nämlich die Wechselbeziehung von Vor- und Nachteilen. Also, viele Bewertungen sind natürlich gut für den Plattformbetreiber. Das erhöht natürlich die Kredibilität und ja, auch mehr Traffic auf den Webseiten und so weiter. Also, das ist gut für den Plattformbetreiber. Egal, welche Bewertungen man bekommt, sowohl positive Bewertungen eines Hotels als auch negative Bewertungen eines Hotels sind für den Plattformbetreiber super und deswegen freut sich der Plattformbetreiber, aber das Hotel, das leidet natürlich darunter und deswegen ist das einen Freud, nämlich die negativen Bewertungen sind des anderen Leid, nämlich das Hotel, das mag die negativen Bewertungen nicht und deswegen können wir spätestens hier dann wohl die Mitbewerbereigenschaft bejahen. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, der uns eigentlich interessiert in diesem Video. Wir machen jetzt weiter mit der herrschenden Lehre und ich hatte ja schon gesagt, die herrschende Lehre schaut, liegt hier eine unzulässige geschäftliche Handlung vor und dann in einem zweiten Schritt, nämlich bei der Passivlegitimation, fragen wir uns, ob diese unzulässige Handlung dem Plattformbetreiber zugerechnet werden kann. Also, hier, Paragraph 3, 1, 4 Nummer 1 und 2, durch Abgeben einer Bewertung durch die Pistensau. Hat die Pistensau hier eine unzulässige geschäftliche Handlung vorgenommen? Und damit sind wir auch schon beim ersten ganz kleinen Problem, nämlich die Pistensau hat nicht geschäftlich gehandelt, weil das war ja einfach nur eine Bewertung auf dem Portal, das war nicht zugunsten eines eigenen Unternehmens oder eines fremden Unternehmens. Deswegen müsste man bei der geschäftlichen Handlung schon eigentlich rausfliegen, aber die herrschende Meinung sagt, nee, eine geschäftliche Handlung brauchen wir hier nicht durch die Pistensau. Und wir schauen ja jetzt auf diese Person X, die wir nicht kennen, diese anonyme Person, ob die jetzt eine unzulässige geschäftliche Handlung vorgenommen hat. Diese geschäftliche Handlung ist nicht erforderlich und damit kommen wir aber zu diesem wichtigen Punkt, nämlich zu der Unzulässigkeit. Sind, ist diese Bewertung hier nach 4 Nummer 1 und oder 4 Nummer 2 unzulässig? Und zunächst einmal hat er ja gesagt, das Essen war miserabel, irgendwie sowas. Hier müssen wir sagen, das Essen ist miserabel. Hier müssen wir beachten, das Essen ist miserabel, das ist eine Wertung, das ist keine Tatsachenbehauptung. Damit sind wir beim Paragraf 4 Nummer 2 und deswegen müssen wir dann hier eine Interessenabwägung vornehmen und ja, grundsätzlich geht diese Interessenabwägung immer zugunsten des Meinungsäußernden aus, weil Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz, nämlich die Meinungsfreiheit, ist super wichtig und hier müssen wir dann sagen, diese Wertung von der Pistensau, die ist nicht lediglich diffamierend, weil er hat gesagt, ja, das Essen ist miserabel und deswegen ist das noch ganz klar hier von der Meinungsfreiheit gedeckt. Nochmal hier zur Erinnerung, die Meinungsfreiheit ist super weit und auch einer meiner Lieblingsbeispiele hier, dämliches Stück Hirnvakuum hat irgendwie eine Person X, eine Politikerin bezeichnet und das Landgericht Heilbronn hat gesagt, diese Äußerung ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und das sehe ich auch so, das Oberlandesgericht Stuttgart oder so hat es dann aufgehoben, ja, leider aufgehoben, ich finde man, das ist locker noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, meiner Meinung nach, aber okay, also ihr seht hier, das ist wirklich weit die Meinungsfreiheit und deswegen ist das noch zulässig hier. Dann kommen wir aber zu der 4 Nummer 2 hinsichtlich des verschimmelten Bads, weil das ist ja eine Tatsachenbehauptung und Tatsachenbehauptungen müssen sich ja nach 4 Nummer 2 UWG messen lassen, außer die wahren Tatsachenbehauptungen, aber okay. Also, hier sagt jetzt die Pistensau, ich hatte ein verschimmeltes Bad. Das ist eine Tatsache. Hier müssen wir dann, ja, zunächst einmal sagen, hier trägt er die Beweislast und ein Behaupten oder ein Verbreiten liegt hier auch vor und gehen wir einfach mal davon aus, dass das Bad nicht verschimmelt war, dann liegt ganz klar der 4 Nummer 2 hier vor. So, und jetzt kommen wir jetzt zu der interessanten Frage, nämlich können wir diese unzulässige Handlung, nämlich die Behauptung, dass es ein verschimmeltes Bad gab, die ist nach 4 Nummer 2 unzulässig. Das hat natürlich nur der Pisten, die Pistensau-Person selbst gesagt. Der war hier der Täter, also der haftet hier täterschaftlich. Allerdings stellen wir uns jetzt die Frage, können wir diese Verletzung nach 4 Nummer 2, können wir dies der Plattform zurechnen? Und das ist ja der springende Punkt hier. So, hier müsst ihr drei Schritte gehen. Erstens, schaut ihr, hat die F oder die Plattform hier täterschaftlich gehandelt? Und das hat sie natürlich nicht. Weil die F hat natürlich nicht selbst behauptet, dass es ein verschimmeltes Bad im Hotel H gibt. Und sie hat sich auch nicht diese Aussage von der Pistensau zu eigen gemacht. Sie hat jetzt nicht gesagt, boah, dieser, dieser Äußerung von der Pistensau, der stimmen wir zu. Das ist super gut, was der, was die Pistensau hier gesagt hat. Das hat sie nicht gemacht. Und sie hat nur eben diese Möglichkeit bereitgestellt, dass jemand da kommentieren kann. Und deswegen fällt hier jeden, also die Täterschaftliche Haftung fällt hier in jedem Fall weg. Dann kommen wir zur Teilnahmehaftung nach 830 Absatz 2 BGB. Und bei der Teilnahmehaftung steht im BGB drin, oder, ja, es steht drin, dass man, dass die Gehilfen und Anstifter den Mittätern irgendwie gleich stehen oder so. Und hier müsst ihr euch an Strafrecht erinnern. Nämlich, das BGB setzt genau wie das Strafrecht einen doppelten Vorsatz voraus. Also, man muss Vorsatz bezüglich natürlich dieser, das, des Betreibens der Plattform haben. Das liegt hier ganz klar vor. Aber man muss auch Vorsatz bezüglich der rechtswidrigen Handlung haben. Und das hat die Plattform hier nicht. Weil die Plattform kann ja nicht hier alles sehen. Denn sie kennt auch nicht positiv jede Bewertung und will sich auch diese eben nicht zu eigen machen oder halt diese unterstützen im Sinne eines Gehilfen, im Sinne des Strafrechts oder Zivilrechts, ist ja dasselbe. Dann, deswegen fällt hier die Teilnahmehaftung nach 830 Absatz 2 BGB raus. Also, man braucht einen doppelten Vorsatz. Das könnt ihr euch auch nochmal zum Beispiel im Münchner Kommentar durchlesen. Bei 830 BGB, da steht auch immer drin, man braucht einen Vorsatz bezüglich einmal dieser, seiner eigenen Handlung, aber auch bezüglich der rechtswidrigen Handlung. Und so ist es ja auch im Strafrecht, Vorsatz bezüglich des Bestimmens beim Anstifter und Vorsatz bezüglich der rechtswidrigen Haupttat. Und das haben wir hier nicht. Deswegen scheidet die Teilnahmehaftung nach 830 Absatz 2 BGB hier aus. Und dann, und das ist der springende Punkt, kommen wir zum dritten Schritt, nämlich der Verletzung von Verkehrspflichten. Also diese drei Schritte müsst ihr immer gehen. Und jetzt bei diesem dritten Punkt müsst ihr nochmal drei Schritte gehen. Nämlich, schaut ihr im ersten Schritt, liegt hier Kausalität vor? Natürlich. Die F betreibt hier die Plattform und ohne das Betreiben der Plattform könnte die Pistensau ja seine Bewertung gar nicht abgeben. Dementsprechend ist das Betreiben der Plattform Kausal für die rechtswidrige Haupttat oder für diese unzulässige Behauptung von der Pistensau. Das ist auch hier vermeidbar. Nämlich kann der F oder die F, die Plattform F, kann hier ganz einfach diese Bewertung runternehmen. Das ist ja auch bei Twitter so, das ist ja bei Instagram so, wo auch immer. Bei TikTok habe ich es schon ein paar Mal am eigenen Leib gespürt. Also da kann TikTok einfach, oh ja, das Video von der Jurastudent, zack, das nehmen wir runter. Oder bei Twitter, ah ja, hier gibt es einen Stream vom Fußballspiel, das verletzt Urheberrechte, zack, nehmen wir runter. Also die Plattformen haben hier natürlich, sind auf ihrer eigenen Plattform, ich sag mal Gott, die können alles machen. Die können Posts boosten, also die Sichtbarkeit boosten, die können Posts runternehmen, die können alles machen. Dementsprechend kann die Plattform hier diese Bewertung runternehmen. Sie hatte also die Vermeidungsmöglichkeit. Und jetzt, der dritte Schritt, besteht hier aber eine Verkehrspflicht der F, diesen Post runterzunehmen. Und das ist der springende Punkt. Und an diesem Punkt solltet ihr zunächst einmal feststellen, dass es keine grundsätzliche Überwachungspflicht gibt. Das steht auch so im Digital Services Act. Der wurde ja jetzt letztens verabschiedet oder in Kraft getreten. Ich glaube, der ist letztens in Kraft getreten. Ja, also der gilt ja für Twitter und Facebook und Instagram und so weiter, gilt ja dieser Digital Services Act, also für Plattformbetreiber. Und da steht im Artikel 8, genau, der, des Digital Services Act, steht genau das drin. Und der Digital Services Act ist ja eine Verordnung im Sinne des Artikels 288, uff, Nummer 1 müsste es sein wahrscheinlich, ja, Nummer 1, AEUV. Also das ist eine Verordnung und diese Verordnung gilt ja dann auch unmittelbar in den Mitgliedstaaten. Dementsprechend müssen wir den hier auch berücksichtigen und können dann auf den Artikel 8 verweisen. Und der sagt eben, grundsätzlich müssen die Plattformen nicht alles wissen, was dort gemacht wird. Das geht ja auch gar nicht. Also auf, ja, Twitter, ich nenne es jetzt mal Twitter oder X, da ist ja wirklich, werden ja jede Minute, boah, was soll ich sagen, Tausende, jedenfalls Tausende, wahrscheinlich sogar Zehntausende Posts gemacht. Jede Minute. Und das kann man natürlich nicht alles überwachen, was da geschrieben wird. Deswegen ergibt das natürlich, natürlich auch Sinn, dass der Digital Services Act sagt, grundsätzlich besteht keine Überwachungspflicht, aber, und hier kennen wir das aus dem Urheberrecht, wenn es einen Hinweis gibt, hey, hier ist eine Urheberrechtsverletzende, ein Urheberrechtsverletzender Stream, nämlich wird hier das Fußballspiel übertragen. Also das ist ja der Gedanke im Urheberrecht. Und diesen Gedanken gibt es auch im Lauterkeitsrecht, dieses Notice-and-Takedown-Verfahren. Also wenn das Hotel hier gesagt hat, äh, gesagt hätte, muss ich sagen, also wenn das Hotel hier gesagt hätte, hey, F, da ist ein Post von der Pistensau und der ist rechtswidrig, rechtswidrig, nämlich verletzt der, äh, oder nämlich verstößt der gegen Paragraph 4 Nummer 2 UWG, weil das Bad, das war gar nicht verschimmelt. Wenn dieser Hinweis hier erfolgt wäre, dann würde, dann würde eine Verkehrspflicht begründet werden. Aber hier gibt es, oder gab es keinen Hinweis durch die, durch die H. Die hat noch gar nicht darauf hingewiesen, hey, da ist ein, da ist ein, ein Lauter, ein Post der, oder eine Bewertung, der gegen das Lauterkeitsrecht verstößt. Und weil es diesen Hinweis noch gar nicht gab, diese Notice gab es noch gar nicht, deswegen wird auch keine Verkehrspflicht begründet. Und wenn die H aber darauf hingewiesen hätte, per E-Mail oder wie auch immer, hey, da ist eine Bewertung, die gegen das Lauterkeitsrecht verstößt, dann hat, dann hätte die F die Pflicht, das runterzunehmen. Und genau, aber hier ist das nicht der Fall. Deswegen wird keine Verkehrspflicht begründet und deswegen können wir hier die, die unzulässige Handlung, die die Pistensau hier vornimmt, die unzulässige Handlung, nach Paragraph 4 Nummer 2 UWG, die können wir nicht der Plattform hier zurechnen, weil es bestand keine Verkehrspflicht und somit ist ein Anspruch von dem Hotel gegen den Plattformbetreiber F hier zu verneinen. Okay, also ich denke, das ist klar geworden. Ich habe hier ja auch ziemlich viel zu gesagt. Ich mache es nochmal einmal theoretisch. Bei der Passiv-Legitimation, wenn ihr euch, wenn ihr im vorherigen Schritt geprüft habt, liegt hier eine unzulässige geschäftliche Handlung vor, dann müsst ihr bei der Passiv-Legitimation euch fragen, können wir diese jetzt dem Intermediär zurechnen? Und das machen wir anhand von drei Schritten. Ersten schauen wir, hat der Intermediär, also hier jetzt, oder in unserem Beispielfall, die F, hat die hier täterschaftlich gehandelt? Also, macht sie sich diese geschäftliche Handlung zu eigen? Oder hat die das selbst gesagt? Wenn ihr das selbst gesagt habt, dann brauchen wir natürlich überhaupt keine Zurechnung. Deswegen eher diese Frage, macht die F sich diese Handlung zu eigen? Und das passiert dann, wenn man das als eigene Meinung präsentiert oder wenn zum Beispiel bei Twitter oder so, da gibt es ja die Community-Notes. Und da, wenn bei den Community-Notes vielleicht darunter steht, hey, dem stimmen wir so zu, dann, dann würde ich sagen, ja, dann macht man sich diese Bewertung zu eigen. Und dann würde eine täterschaftliche Haftung in Betracht kommen. Oder man bindet es in die eigene Werbung ein. Ja. Also, wenn irgendeine Werbung geschalten würde von der, von Booking.com und da sieht man diese Bewertung der Pistensau, dann, ja. Aber okay, das sind natürlich alles, theoretische Fälle. Er kommt das nicht vor. Dann kommen wir zu der Teilnahmehaftung. Und hier brauchen wir diesen doppelten Vorsatz, nämlich hinsichtlich der, des eigenen Tatbeitrags, aber auch hinsichtlich der rechtswidrigen Haupttat. Da steht in Paragraph 830 Absatz 2 BGB. Und dieser zweite Punkt, nämlich der Vorsatz, hinsichtlich der rechtswidrigen Haupttat, der wird eigentlich immer fehlen, weil die, weil die Plattform, die kennt nicht jede Bewertung und liest die sich auch nicht durch. Das ist ja gar nicht möglich. Und dann kommt ihr zum dritten Punkt. Hier drei Schritte, oder ne, zwei Schritte. Regelmäßig besteht keine proaktive Überwachungspflicht. Überwachungspflicht. Hier könnt ihr euch auch nochmal den 8 Digital Services Act durchlesen. Beispielsweise bei fremden Informationen, die nicht vom Dienst selbst stammen, sondern von den Nutzern. Da gibt es eben diese Überwachungspflicht nicht. Habe ich auch gerade schon erläutert. Bei Twitter, Instagram, da postet nicht Instagram selbst. Die haben natürlich einen Instagram Account. Instagram ist so ein official Instagram Account, aber 99,9999999999999999999% der Posts sind natürlich von euch, von mir, von anderen Nutzern. Und deswegen hier keine proaktive Überwachungspflicht. Dann aber, wenn ein Hinweis erfolgt, dieser Post, der verletzt, Paragraph X, UWG, dann wurde die Plattform darauf aufmerksam gemacht, dann wird eine Verkehrspflicht begründet, diesen Post zu beseitigen. Und so ist das auch übrigens im Artikel 6 des Digital Services Act. Genau, dann hier nochmal der letzte Hinweis, die Artikel 4 bis 8 Digital Services Act, die haben ja Safe Harbors, wie wir es im Kartellrecht nennen, oder halt Privilegierung. Also die sagen, beispielsweise Access Provider, wie die Telekom, die stellen natürlich das Internet zur Verfügung, aber die haften natürlich dann nicht nach dem Digital Services Act, weil sonst wären die ja wirklich für alles haftbar, weil jeder nutzt das Internet der Telekom, um dann seinen Post abzugeben bei Instagram, bei X, bei Booking.com und so weiter. Dafür kann natürlich der Access Provider, also der Internet-Bereitsteller, der kann natürlich dafür nicht. Der ist eigentlich, ich glaube, nach dem Digital Services Act in wirklich nur ganz, ganz, ganz extremen Ausnahmefällen haftbar. Grundsätzlich, also für die Telekom heißt das, die haftet nicht nach dem Digital Services Act. Und Instagram, da gilt genau das, was hier gesagt wurde, keine Überwachungspflicht, aber wenn darauf hingewiesen wird, dann müsst ihr was machen. Letzter Punkt, der mir jetzt im Nachhinein noch aufgefallen ist, ist der 8 Absatz 2 UWG. Den habe ich noch nicht besprochen. Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. Der Unterschied zwischen 8 Absatz 2 und der Intermediärshaftung ist, glaube ich, klar. Bei der Intermediärshaftung, da schauen wir, ja, kann dem das zugerechnet werden? Da stehen die Pistensau und die Plattformen standen da in keinster Weise in einer Beziehung, sondern die einzige Beziehung, die es da gab, ist halt, dass der Bewertende, der hat die Plattform genutzt, um eine Aussage zu treffen. Und die Plattform hat lediglich die Möglichkeit bereitgestellt. So, und jetzt beim 8 Absatz 2, da seht ihr jetzt schon den Unterschied. Hier brauchen wir einen Mitarbeiter oder einen Beauftragten. Und unser Beispiel war im Examinatorium, da hat der Unternehmer UWG, hat seinen Mitarbeiter halt, ja, nach vorne geschickt, um, dass der Mitarbeiter Werbung für das Unternehmen von U macht. Und, ja, das war unzulässige Werbung, nämlich Paragraph 7 oder so hat, dagegen hat es verstoßen. Genau, und dann war natürlich der Unterlassungsanspruch, ja, nach 8 Absatz 1, der würde natürlich gegen den Mitarbeiter gerichtet sein, weil der Mitarbeiter ist ja derjenige, der die unzulässige geschäftliche Handlung ausführt, aber nach Paragraph 8 Absatz 2 ist dieser Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet und, genau, von dem kann dann auch Unterlassung verlangt werden. Perfekt. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Das ist ziemlich kompliziert, aber, ja, wenn das in der Klausur vorkommt und ihr macht das allein schon ungefähr so oder ihr wisst schon das, was ich hier gesagt habe, dann seid ihr schon vielen voraus. Übrigens, an der LMU jetzt im, wir sind jetzt im Mai, im Februar 2024, da hat oder da wurde in der Lauterkeitsrechtlich, im Lauterkeitsrechtlichen Teil der Klausur war genau das hier, nämlich das Thema. Also da musste man das, was ich hier gesagt habe, wissen und das war Teil der Klausur. Hier könnte ich auch nochmal kurz erwähnen, wir sind ja gerade bei Plattformen, ich habe natürlich einen Instagram-Kanal und so weiter und Ex, genau, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ansonsten könnt ihr natürlich diesem Video einen Like da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.